Das Creative Museum ist eine App, die über das Museum hinausgeht. Kennt ihr das Gefühl, ihr seid im Museum und euch fehlt irgendwie der Zusammenhang zur echten Welt? Am liebsten würdet ihr euren Senf, äh, also eure Meinung dazu abgeben und wissen, was die anderen dazu denken? Würdet ihr viel lieber Dinge besprechen, die euch jetzt betreffen statt Prinz irgendwer vor 3000 Jahren? Ist euch Social Media zu unsocial? Geht Museum vielleicht noch etwas verspielter? Wollt ihr entscheiden, wann das Museum offen hat und wann nicht? Wollt ihr 3000 Euro umsonst? Jetzt? Sofort? Schade, aus wird nichts, aber aus allem anderen. Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe öffnet euch das Creative Museum. Hier könnt ihr entscheiden, was relevant ist, was kontrovers diskutiert werden muss, wer eure Reaktionen bekommt, was es in eure Sammlungen schafft, was zählt. Kommt ins Creative Museum. Entschuldigung ist nicht. Injectesterol ist nicht. Wir zeigen den Kopf also einen Nachmittag Neuzen. Und heute, äh, also Sine будет melt. Und hier geht das Les Hmm auf. Subtitulentes anz. Ohzaun 128 Ч hazeln. Der Kommt N a Szenen in der Filter imcano. Vielen Dank.